Endlich scheint mal wieder die Sonne. Ja, stimmt. Du also! Mir tut das alles echt leid. Takamaki-san? Ich hatte dich doch für die Sache mit Kamoshida mitverantwortlich gemacht. Dafür wollte ich mich schon die ganze Zeit entschuldigen. Ich habe das Gefühl, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Obwohl wir selbst etwas hätten unternehmen können, haben wir es einfach nicht geschafft. Doch, weil wir uns das nicht eingestehen konnten, haben wir mit dem Finger auf andere gezeigt. Hab ich recht? Also, äh, heißt das, wir sind quit, ja? Ich denke schon. Wie wäre es, wenn wir die Sache einfach vergessen würden? Okay? Mhm. Dann nenne ich dich ab jetzt an. In Ordnung? Äh, ja klar. Und ich dich dann, ähm, Makoto? Das ist so ungewohnt. Carmen! Johanna! Ach, du dickes Ei! Das sieht vielversprechend aus. Nicht nur das. Ein bisschen gruselig ist es nämlich auch noch. Ich habe mir das. Vielen Dank.